Hier ist der hintere Teil vom Hotel. Super toll angelegt, ganz ruhig. Hier hörst du nur ein paar Vögel zwitschern und sonst ist hier gar nichts. Ganz ganz tolles Hotel. Ich bin der Hubert, wie immer. Ich zeige euch das Hotel und ich hoffe, die Videos gefallen euch und wünsche euch viel Spaß mit meinen Videos. Hier der Strand. Wir gehen jetzt durch die ganze Anlage, schauen verschiedene Videos, verschiedene Zimmer an und verschiedene Spa-Bereiche und das zeige ich euch alles. Viel Spaß damit. Bis dann, euer Hubert.